ja mit der ps3 ich meine auch xbox mein noch die xbox da kannst du die uralten selbst von der ersten xbox die spiele noch spielen das ist auch schöner gemacht von microsoft dass der ganze krempel noch weiterhin unterstützt wird du kannst ja sogar auf der series x mit dem xbox 1 controller spielen das funktioniert ja auch das ist halt geil das ist so mit einer der hauptgründe warum ich mich damals für die xbox entschieden habe mich für die playstation war für mich in video games fortschrittlicher oder spielernäher die ganze gestaltung zu weit ich weiß ja daniel xbox kam am 10 november ja und ich 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 ach so meinst du das jack ja sag mir einen titel der nicht mehr geht ich wüsste jetzt keinen aber gut ich muss auch ehrlich gestehen dass ich seltenst ich habe noch ein paar 360er titel die ich immer mal ganz gerne noch mal ausprobieren und spiele was muss ich jetzt hier die tasse kommt der teebeutel dann kommt heiße wasser drauf aber das muss erst mal wo jetzt wasser erhitzen jetzt wasser also nicht alles daneben schütten jetzt noch ein schlückchen milch bei englisch so wie gran sie gesagt komm ich jetzt da hoch auch von hier mom said gran was getting tired i said she's getting better mom said she felt helpless i said she was just sleepy mom said gran's going to i said she's going to be fine everything is going to be fine all you need is a leap of faith will gran still be gran after this of course she'll be fine fine gran is going to get better right i made her smile that should help got to keep positive mom needs me to i'll show gran my story mom as well they'll enjoy reading it i hope it helps what else can i do i just need to finish my story so where were we oh ich habe eben schon wieder gedacht er hätte schon wieder irgendwas gemacht aber ich hab kriegt das streamer die nachricht wenn er das ist das nicht grace war vengeance leaving elder eva and her village behind her journey took her to was ich nicht ist es wirklich so ist die es ist auch wieder so so ein düsen jet die film war super der sie bewacht weil sie der sie heilig ist oder sacred okay grace had pursued the dragon far far from home ja aber beliebter ja die haben gedacht dass dass der hype dadurch mehr geschürt wird was war die folge viele spieler haben sich verarscht gefühlt oder haben dann noch gewartet und gewartet und gewartet und es kam keine ps es gibt ja immer noch keine ps5 überleg mal wann die raus kam das über ein jahr her und die haben den hype künstlich geschürt indem sie sagten wir haben noch nie haben noch nicht so viele produziert ja was haben sie jetzt das vergangene jahr gemacht tschuldigung die xbox produziert auch die benutzen benutzen auch nur plastik und metall tschuldige aber ist so ja die chips sind im regelfall nicht die gleichen aber ihr wisst schon wie es meine so und dann sind die ehemaligen ps4 spieler also viele davon ich bin in einigen gruppen xbox gruppen und das sind so viele ehemalige playstation spieler die gesagt haben kommt bock mehr zu warten ich zock jetzt xbox und haben festgestellt auch ist ja eigentlich geil hier bleibe ich wir können ihre ps5 behalten das ist so mein eindruck den ich gewonnen habe okay okay oh ich habe ein glühwürmchen gefunden ich habe ein glühwürger ein glühwürger ein glühwürger ein glühwürger ein glühwürger hey there little one you're safe now where did this wind suddenly come from there was something very unnatural about it ich weiß nicht ich glaube die series s ist vom laufwerk her so schneller weiß ich aber nicht 100 prozent aber von von der leistung her ist die der der one x also der vorgänger version glaube ich ebenbürtig da wird es fast mehr sind machen sich lieber nur keine series x kaufen willst weil sie zu teuer ist eine one x zu kaufen oder ich weiß es nicht ich habe meine konsolen immer zum release gekauft bisher immer hatten die probleme also die erfahrung kann ich nicht teilen jack ich hatte nie probleme mit meinen xboxen und ich habe immer bei release gekauft immer das ist die montagsgeräte hast du immer okay ja gut das das wusste ich nicht oh erfahre ich hier einen neuen zauber ach ne das ist wieder nur so ein flüchtiger hey du schnösel komm her ähm nein ich kann ihn jetzt halt ich kann mir doch einfach hier ich weiß nicht was kostet die series s 250 glaube ich im normalfall gell kann das sein so 50 oder 290 ich weiß es nicht ich kann es dir wirklich auch nicht sagen ich weiß es wirklich nicht oje wo geht es denn jetzt in ihr waaat Ha 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 ha, that sorted Mr. Grumpy Pants out. The yawning cave burrowed deep into the earth. Home to wondrous life, easily scared. Oh, this is so cute. Oh, clue we haven't seen. Grace felt like an explorer. Macht das Sinn, was ich hier gerade mache? Ja. Oh, Grover. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll von dem Grover. Ich bin aber auch nicht unbedingt der Freund von Laien oder auf Raten kaufen oder so. Das ist nicht so meins. Warte mal, ist das richtig, was ich hier gerade treibe? Nicht hier rüber? Ah, nee, da kam ich ja her, gell? Ja, super. Nochmal. Ja, genau das Mieten. Ich bin da nicht so der Freund von. Wie ist das dann, wenn du dir jetzt, sage ich mal, fünf Jahre mietest, dann hättest du dir auch drei Stück kaufen können, oder? Wie, wie, äh. Weil das ist ja auch nicht billig, glaube ich, oder? Dieses Mieten. Mal so für eine Woche oder so, ja, aber für länger, weiß ich nicht. Nee, Quatsch. Äh, Schweden? Ja. Kann ich mit den Pflanzen irgendwas machen? Ich klicke einfach mal alles drüber, was hier geht. Weil da oben ist nämlich ein Glühwürmchen. Nee. Moin, Tom. Ja, alles klar. Soll ich schon fertig mit eurem Rennen fahren? Nee, ich sag mal so, für eine Firma lohnt sich das, ja, PCs zu mieten. Die meisten großen Firmen mieten bei Dell oder bei Lenovo. Ähm, da macht das schon Sinn. Als Privatnutzer macht das keinen Sinn, sich sowas zu mieten. Och ja, das ging ja mal fix. Ich hab einen neuen Zauber. Kann ich den mitnehmen nach hier drüben? Ah! So wird ein Schuh draus. Wer ist denn Commander Root? Wahrscheinlich ich. Ah, frisch, eh? Wahrscheinlich ich. Könnte ich mir vorstellen. Kann ich das jetzt wieder reparieren? Ah, nee, schweben, Depp. Alter. Greib Sand, Hilfe! Oh, geht weiter. Da, ne? Ein familiar, faule tempered Voice. Drifted down to race. Ich hab' nicht gehört. Ich muss es finden. Sag'n, ich sag'n. Niemand hört mich mehr. Da, ne wieder. Hallo, bin wieder da. Hallo, bin wieder da.